Servus Leute, hier ist wieder euer Oliver und wie versprochen spielen wir heute mal die Mektakistan. Ich habe jetzt wochenlang gearbeitet, ohne auch ein einziges Mal ein Spiel zu spielen. Und ich bin richtig geil drauf mal wieder DayZ zu spielen. Da da schon wieder so heftig rumgeballert wird. Ja, das sehen wir schon mal. So eine Frecklenade, um was zu essen. Ist das ein Bandit? Ja, das ist ein Bandit. Und gegen Bandits habe ich was. Ja, jetzt ist es für so ein Scheiß-Zombie hier eigentlich zu kotzen. Das geht mir so auf den Sack. Na ja, muss jetzt. Gehört dazu. Nicht mich abknageln, ey. Dude. Gut. Na ja, gut. Don't trust anybody. So ist das Spiel. Gehen wir gleich nochmal rein. Ich bin ja froh, dass hier wenigstens ein paar Leute auf dem Server sind, weil man findet kaum Tag ist da ein Server, wo auch was los ist. So. Haben wir einen Kompass? Gut. Ich glaube, ich mach mich hier rein. Acker. Ich brauche, wir nehmen noch ein bisschen was zu fressen mit hier. Ich kann halt nichts zu fressen. Boxt auf Netsches haben wir noch. Dein Messer brauchen nur eine Axt. Was zu trinken. Und da auch. Gut. Bandagen mit. Ah. Jetzt habe ich diesen Scheißack wieder. Was war'n das jetzt? Junge, was ist mit hier los? Irgendwie macht er nicht mehr das, was ich mal wollte. Oh oh. Es ist mir zu wichtig, ich glaube, ich weiß mal gar nicht. Ich werde nicht weiter gehen. So, da haben wir eine Dose zu essen. Die Baracken kann man nicht begehen. Da hinten sind die Baracken, die man begehen kann. Ich glaube, der einzige Spawnpunkt hier ist der Flughafen. Ich brauche nicht so viel zu essen. Der hat noch eine Mission. Ja, jetzt hat er mich gesehen, eine scheiß Zunge. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt die Baracken reinschaffe. Oder ob der wieder so ein dreckiger Camper rumschwackt. Der verfolgt mich noch. Der verfolgt mich noch. Der Zinfiltration. Der Hatchet hat er auch. Wo ist jetzt der Revolver? Okay. Ich weiß nicht, warum wir jetzt nicht... ...weil wir keine Waffe haben. Der Rucksack ist leer... ...weil die Zunge hat er noch nicht... ...weil die Zunge hat er noch nicht... ...weil die Zunge hat er noch nicht. Ich glaube, ich nehme mir noch Alphine mit. Okay. Alphine finde ich wichtiger... ... als einen anderen Scheiß. Ich mach so ein Blood Pack mit... ...und sein Blood Pack auch... ...und sein Blood Pack auch. Hat er denn nicht noch was zu essen? Zwei essen, zwei trinken. Respektive drei. Und drei. Da ist alles drin. Heatpick, brauche ich hier mal ein Heatpick? Nichts. Hier ist gar nichts. Na, da soll jetzt mal was zombies. Hau ab hier. Ja, ist klar. Komm ich gar nicht runter oder was? Ich hab nur auf meinen Weg zum Wasser. Alles klarer. Danke, danke. Danke, du. Vielen Dank, du. Ich kann nur nicht mehr gehen. Ich kann auch nur Nebenwirkungen. Ich kann wirklich nichts machen. Danke für mich. Ich werde mich nicht mehr haben. Oh, das ist so cool. Can I let go? Dude, try doing this. Try riding on me. Try riding. Try moving quickly. My dude won't start moving. Oh, man! Oh, man! Was war denn das jetzt? Der in eine Granate geschmissen, oder was? Oh, man! 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 Oh! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Das muss aber ich tun, ob ich alles habe. Let's go! Stop Alec alone, dude. Stop killin' Alec. Hey dude, Alec, it's me. The one that you helped. He's the one that killed you. Help, help me. Alec, stop Alec. I got it. I got killed, dude. Shit. Ah man, ey. Das ist so zum Kotzen. Na ja. Aber andererseits, wenn's diese Banditen nicht gäbe, dann gäbe's überhaupt nichts im Spiel. Ich meine nur Zombies abknallen. Ist ja auch nicht so das Wahre. Na ja. Alec, you want me to kill the Bandit? I don't know. I don't know. He should be dead. He's dead. Two more Bandit. Let's win too strong. Let's do the same thing. Yeah, get down. So, okay. I don't know. Well, that's why I'm lost. He's got some stuff, dude. Alright. It's waiting for his body. That was coming. Oh no. Get out, get out. Das ist ein Geheimnis. Alec! Hey Alec! No, he's running away! Okay. He's running away Alec! He's running away, dude. I'm about to die. Oh, this is a war zone. Alec, I'm following you alright? Come on, let's go! Yeah, but what should I do with the revolver against this one? Come on! Keep going, keep going! I've got shot! I'm about to die! I'm about to die, dude. I'm about to die, dude. Yeah, I'm running. You're about to die, alright? Okay, have fun. Dude! Can you, like, cover me while I bandage myself in here? Oh god, I can't hit him. I will. So clear. No! He got me. He got me, dude. He got me. He didn't fly, he's you. God, zombies! Ah, that's not supposed to be. That's not supposed to be. That's not supposed to be. Go, man! He got me. Or somebody here. Somebody found it also. Ow. There and no more. There isn't material coming in. Bomdage hat er bis zu essen und den kann man für den Bild auf zum nächsten Hier ist eine Stadt Er ist ein Schwamm, ich denke wir können wegwerfen ein bisschen, weil es ein Schwamm ist All right Ich werde dir die Schwamm ist Wenn ich ein Green Smokebomb über den Es ist so high Dann, wenn er, kommt er, wir wissen, dass er ist All right Okay He's coming dude, he's coming Right behind you, right behind you He's coming Get out of here dude Right there Right there You see him Alex You see him Alex I see him He's right behind us He's right behind us